Wenn man das alles gemacht hat und auf Bestätigung gedruckt hat, kommt der Beleg raus. Dahinter ist dann ein Stempel hier oben. Das heisst, dass es eigentlich durchgegangen ist. Und somit ist es überwiesen. Wenn auch du Spass an deiner Arbeit haben möchtest, mit einem guten Team zusammenarbeiten möchtest und dich für Finanzen interessierst, bist du genau richtig bei uns. Bewirb dich doch! Wir freuen uns auf dich!